Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du dich für eine bestimmte Übersetzung aus dem Mittelhochdeutsch-Wörterbuch entscheidest? Dann bist du hier richtig. In diesem Video erklären wir von der Mittelalter-Germanistik dir, wie du Wörterbücher beim Übersetzen benutzt. Schauen wir uns dazu als Beispiel den ersten Vers der ersten Strophe des Nibelungen-Lieds an. Uns ist in alten Meeren Wundersville gesät. Wahrscheinlich verstehst du schon viele Worte auf Anhieb. Vielleicht bist du dir aber bei Meeren etwas unsicher. Darum schlagen wir es online im Wörterbuch von Lexa nach. Wie du vielleicht schon aus unseren anderen Wörterbuch-Videos weißt, kannst du im Lexa nur die unflektierte Form des gesuchten Wortes recherchieren. Wenn wir Meeren übersetzen möchten, müssen wir darum zunächst herausfinden, um welche Wortart es sich handelt. Dazu werfen wir noch einmal einen Blick auf den Vers. Unser gesuchtes Wort ist Teil einer adverbialen Bestimmung. In Meeren beantwortet die Frage, wo uns viel von Wunderbarem erzählt worden ist. Beim Meeren muss es sich in der Kombination mit In um ein Substantiv handeln, das hier mit dem Attribut Alt näher bestimmt wird. Die Form Alten lässt erwarten, dass dieses Substantiv im Plural steht. Der Nominativ Singular muss Mähre lauten. Wenn du im Lexa Mähre eingibst, erscheinen folgende Vorschläge. Mähre als Adjektiv oder als Substantiv. Das Substantiv passt zu unseren Vorüberlegungen. Zu diesem starken Neutrum werden folgende Übersetzungsvorschläge angezeigt. Kunde, Nachricht, Bericht, Erzählung, Gerücht. Jetzt müssen wir aus diesen Vorschlägen die passende Bedeutung herausfiltern. Also die Übersetzung, die am besten zum Kontext des Nibelungenlieds passt. Kunde und Nachricht beschreiben die Übermittlung einer Botschaft. Zu unserer Stelle im Nibelungenlied passt das nicht wirklich. Das Nibelungenlied ist ja keine Flaschenpost. Der Begriff Bericht wird eher mit einer neutralen Berichterstattung assoziiert. Das Nibelungenlied ist aber keine Tageszeitung. Darum ist auch diese Übersetzungsmöglichkeit nicht optimal. Die Bedeutung, Gerücht zu wählen, wäre auch unpassend. Das Nibelungenlied ist ja kein Klatschmagazin. Übrig bleibt der Übersetzungsvorschlag Erzählung. Dieser Begriff passt für Meere am besten, denn das Heldenepos erzählt die Geschichte der Nibelungen. Die alten Meeren sind also Sagen, die man seit langer Zeit erzählt. Und die erste Strophe des Epos erklärt, dass das Nibelunglied genau zu diesen alten Erzählungen gehört. Mit einem Ausschlussverfahren, wie wir es dir hier am Beispiel von Meere gezeigt haben, kannst du mithilfe der Wörterbücher passende Bedeutungen für deine Übersetzungstexte finden.